Hallo, Paraguay Live, wie immer aus Paraguay. Ich bin der Pit und heute sprechen wir über eine Luxusanlage. Also bleibt rein, es gibt auch schöne Sachen in Paraguay, okay? Also wie gesagt, wir sprechen heute über Yacht und Golf Club, was sich in Asunción befindet, also am Rios am Fluss Paraguay und es ist wirklich ein Luxus Objekt. Also 5 Sterne Hotels mit einem privaten Strand, 18 Loch Golfplatz, ein super Swimming Pool, also es lohnt sich die Anlage wirklich zu besuchen. Also man kriegt da Yachts und wirklich sämtlichen Luxus, man kann ja auch direkt rüber nach Argentinien sitzen, also wirklich eine tolle Anlage und es lohnt sich diese auch zu besuchen. Übrigens, wir sind ja auch nur 70 Kilometer von dem Ort entfernt. Also es ist auch nicht so weit weg. Also man kann wirklich in Paraguay investieren und sich auch gut erholen in der Luxusklasse. Also falls ihr Interesse habt, sich auch solche Anlagen anzuschauen. Bleibt ein Fall dran. Ich lade euch ein. Schaut euch das an. Okay, bis dann. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt auch wirklich Top-Anlagen in Asunción als auch in ganz Paraguay. Also, wenn man das nötige Kleingeld hat, kann man hier ganz gut leben. Wichtig, auch ganz wichtig, der Business lässt sich ganz gut machen. Von Paraguay aus. Also, überlegt die Firma auch. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert Paraguay und vor allem auch unter diesen Aspekten. Also, Business, Geld investieren. Ihr seht, es gibt alles hier. Man muss es nur nutzen. Also, in diesem Sinne, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert hat, bitte ganz schnell abonnieren. Entweder unten oder oben verlinke ich auch. Und auf der linken Seite seht ihr zwei nette Videos, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Okay? Also, in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wie immer. Daumen nach oben. Okay? Also, bis dann. Ciao, ciao.